Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von diesem Sphere-Groß-Stadt-Leben mit Yuki's Welt oder auch Yuki's Abenteuer, da ist er ja schon, heute im Romantik-Festival oder immer noch im Romantik-Festival, aus dem Romantik-Festival. Schöcker, 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 Schöcker. Flaggoldra, blablabla, Ina, Oh, Edderoy! Das ist ein Wievol. Wievol! 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 Oh, woviebik! Oh, woviebik! Oh, woviebik! Ja, ja! So, so cool! Wievol! Wie parah! D'fool! Oh! Domso Shym... Wievol! Farrn говорrrr! M Staera! Ohazarla! Wievol? Wievol! Wievol! Das ist ganz gut. Wievol. Ich glaube, da war was in der Träne. Haberi, Huxa! Oh! Oh, Yadabu! Small Biff in Arva! Wie gut, Huxa! Sieht echt verändert, Huxa, aber du siehst gut aus! Ich hab fast noch mehr erkannt! So! Wie ist es? Haha, der Tor! Was legt das denn jetzt gerade aus? Das nervt! Ligenzo Shandouche! Es ist eine gute Idee! Ich habe keine Chance, dass er das hier im Wormsburg ist! Oh! Wie kann sie sein? Ja, für dich! Ich habe den Schwenkarten! Ich habe einen Trauma gelesen! Ich habe einen Trauma gelesen! Ich habe einen Trauma gelesen, wenn ich mich für die. Ich habe einen Trauma gelesen, wenn ich mich sehr warte, wenn ich mich zu sagen. Haha, das ist so cool! Was ist das ein Wormsburg? Ich habe einen Trauma gelesen. Ich habe einen Trauma gelesen. Hat der glatt Bär gemacht? Okuto, du Arschloch! Ja, ja, spät. Hat zu kriegen. Schön. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Oh, no. Oh, ich bin. Oh! Mosegroch. Ja, ich bin. Gehen wir zum Romantik-Guru. Einige behaupten die Liebe, da ist unser Sohn ab. Die Liebe schweißt uns zusammen, du musst selbst entscheiden, an was du glaubst. Ich verstehe. 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 Wie sie guckt. Hat Yuki darüber informiert, dass er die Zukunft in Sachen Romantik voller Herausforderungen und Schwierigkeiten steckt. Ja und wenn schon! Ruf! Ah! Ja, ja, ja. Buh! Scherzowskir! Krinjaburskir! Brabals! Navel! Zubau! Gau Nim Yabitauk! Haberi! Oh! Mabzee! Freita! Navela Shaka Tee! Nö! Zubau, Florka! Du Voi! Ah ja, super Outfit! Oh da ist es hier, Guish! Zubau! 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 Ah ja super Outfit! Ejö! Ah das ist hierเลย! Ich glaube, ich muss in meiner Hochzeit die X-Laner so Blütendinger hinstreuen. Ich bin deprimiert, der Guru hat gesagt, es wird lauter Schwierigkeiten geben und Hürden zu meistern. Und überhaupt zu, 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 zu. Was liegt in mir? Was ist das? Was ist das? Nein, ich werde kein Törtchen essen, was irgendwo am Abfall ist. Bist du Freak oder was? Ich glaub's aber. Apropos. Gibt's ja nicht noch irgendwo so ein Ding, wo man Poster mopsen kann? Poster, Poster, Poster. Da. Ich muss leider nochmal zurück. Dann lass du nach Hause. Was soll das? Ein Poster, schon. Das Romantikfestival hat Yuki deprimiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dieser blöde Romantikguru ist ein Idiot. So. Seh. Bestimmt, wenn er seiner Nachbarin bezahlt wurde, dass er so einen Scheißer sieht, dieser Penner. Du sollst nach Hause gehen. Bist du zu Hause? Oh, sie ist zu Hause. Sollst du nach Hause gehen? Ich bin doch schon zu Hause. Was willst du denn von mir? Geh duschen. Jetzt heu nicht rum, weil dir irgendein Guru Bullshit erzählt hat. Der Guru weiß doch gar nicht, von was er labert. Er kennt sich doch selber nicht aus. Gott, nerv mich doch nicht dauernd, du dämliche Hähne. Nein, ich will nicht mit dir abhängen, du nervst. Ich hab andere Sorgen. Hokuto ist blöd und stur und überhaupt. Ich weiß nicht, was mit dieser Friendless los ist. Ich glaub, das kommt nicht gut damit klar, dass ich da die Welten damals geweckt hab. Wenn du dich jetzt wieder beschwerst, weil ich in der Dusche singe. Ich bübel dir nicht ab. Du kannst jetzt nicht telefonieren, weil du in der Dusche stehst. Also, Mädel. Du hast manchmal auch Probleme. Hä? Machen wir halt eine Farbrede. Außer er ist in der Arbeit. Dann haben wir ein Problem. Ich würde sagen, wir gehen in die Karaoke Bar. Yuki wird ihn mit ihrem Gesang überzeugen. Oder auch nicht. Vielleicht verschreckt sie ihn auch bloß. Und er denkt sich dann so, oh mein Gott, schnell weg. Wir werden es feststellen. Definitiv. Ich weiß nicht, was momentan. Seit dem Patch schlägt das immer wieder ein bisschen. Keine Ahnung, was sie da haben. Diese sekündlichen Kurzstandbilddings hier. Also, haben sie wieder irgendeinen Kacki reingepatchit. Spiel, häng dich jetzt bitte nicht auf. Sonst flippe ich aus. Nein, oder? So, da sind wir wieder. Natürlich ist das Spiel abgekackt. Und es war doch ein etwas größerer Fehler, als ich dachte. Deswegen hat sich ein bisschen was geändert. Also, wundert euch nicht. Ich habe so gut es ging alles nachgespielt. Freundschaften wieder aufgebaut. ETC ein paar Leute kenne ich jetzt halt nicht mehr. Aber die wichtigsten habe ich alle getroffen. Und die Freundschaft ist soweit hochgepowert. Karriere ist nach wie vor auf dem Level, wo wir waren. Und auch die Fähigkeiten sind geblieben, wie sie sind. Hier sieht man auch, hier beim Singen. Und, ähm, was musste sie noch? Comedy gedöhnt. Das müsste auch irgendwo noch sein. Hier, genau. Das sind die Level, die wir vorher auch hatten. Ja. Weil die Datei war anscheinend beschädigt. Keine Ahnung. Ich musste auf jeden Fall das mit Yuki komplett neu machen. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber, nichtsdestotrotz. Es kann jetzt ganz normal weitergehen. Allerdings wird jetzt, sieht man hier, dass der Flohmarkt gerade erst noch stattfindet. Heißt, ich habe keine Schneekugeln. Und leider sind unsere Safies auch weg. Aber das ist ja nicht schlimm. Im Let's Play ist es ja gesaved. Und diese kleinen Ruckler, die sind anscheinend bei anderen Let's Playern auch das Problem. Ich habe jetzt auch mal ein paar andere LPs in der Zwischenzeit angeguckt. Und, ja. Die haben anscheinend dasselbe Problem. Dass die immer wieder Mini-Ruckler sind. Und die sagen alle, das kommt wohl von dem tollen neuen Patch. Das ist natürlich nicht schön. Wieso ist Foxy jetzt notgal auf mich? Was soll das denn jetzt wieder? Wieso soll ich die Karaoke-Bar? Ich gehe allein. Stimmt, ich wollte ja in die Karaoke-Bar mit Hokuto eigentlich hin. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Flohmarkt. Weil ich natürlich jetzt da auch nichts mehr habe. Ja, im Endeffekt war es so. Ich weiß nicht, woran es lag. Es hat ja dauernd schon geleckt. Ihr habt ja gesehen, wenn ich Friendlist aufgemacht habe oder whatever. Hat es dauernd gehakt. Es ging wie Sau. Ich habe den Charakter dann gesaved. In die Bibliothek hochgespeichert. Habe dann erstmal ausziehen lassen. Wieder einziehen lassen. Grundstück gewechselt. Blablub. Das war irgendwie ein Fehler an dem Charakter selber. Warum auch immer das so gewesen ist. Ich weiß es nicht. Lästig auf jeden Fall. Und erst als ich dann alles komplett... neu gemacht habe. Beziehungsweise ich habe dann einfach den Charakter hier ausgezogen. Habe dann den aus der Bibliothek wieder einziehen lassen. Dann ging es erst wieder. Ziemlich lästig. Ja. Jetzt habe ich natürlich weder so wie... Was macht... Wer ist das? Was macht die denn? Wieso wird die Mühe? Mein Poster ist jetzt natürlich auch weg, oder? Ah ne, das habe ich ja in dem Haus. Schön, dass sie da im Abfall grühen. Das ist aber manso. Ich habe das natürlich. Hier ist es so. Ja, das war's. Ah! Ja, das war's. Ich habe das F灒gelge. Ich habe das noch nie gemerkt. Ich habe das noch nie gemerkt. Ich habe das noch nie geschlossen. Äh, ich hab' mir geflogen, dass ich mich nicht mehr verletzen kann. Ich wollte ja Blasi, 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 Blasi. Ich muss mich das mal probieren hier. Blubbel, 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 blubbel. Das ist mal die andere Art von Seifenblase. Okay, Aroma ändern. Lass mal Jade Drache machen. Macht das jetzt irgendwas? Lass Yuki in der Ruhe. Okay. Pinte. Schlägerstöber. O-M-G. Okay. Seifenblase machen ein, also Noca, wenn man Krieg hat. Da hat jemand Müll rumgesammelt. Ich möchte jetzt was mal hier hin. Vielleicht da noch Kultuflemmen einladen oder so. Weh, das Heck legt jetzt hier wieder. Ich muss die überhaupt da bei 17 Stunden mehr. Bisschen Zeit haben wir halt. Ich muss gleich da sein. Das ist toll. Nein. Den will ich keine, kein Dreads singen. Was macht denn er für eine umständliche Scheiße da hinten? Okuto, willst du joggen oder was? Okuto, der Eingang ist hier vorne. Wow. Okuto, der Eingang ist hier vorne. Das ist so viel, also das ist doch auch komplett verpackt. Kommst du jetzt mal hier rein oder so? Du blödi. Na, endlich hat er es einmal geschnallt. Kommst du? Irgendwas ist an dem Spiel verpackt. Ja. Ja. Haha. Haha. Ich kann mit ihm, keine, kann du jetzt singen? Ich kann mit ihm, keine, kann du nicht. Oh! Wow! Ich kann mit ihr richtig Wie im hell kann ich nicht mit ihm zusammen singen ey? Das ist die Zorbel. Die Rauh? Oh, ja, die Lübe. Das ist der Zorbel. Mit der Zorbel. Schaub. Schaub. Ja, das ist die Kupfork. Das ist die Zorbel. Oh Gott. Das ist die Zorbel. Das ist die Zorbel. Das Timing ist noch nicht ganz korrekt. Ich kann mit sämtlichen Freaks irgendwelche Dinger singen. Das ist jetzt ein Country mit der Ghost Rude. Viel singen. Komma ja rum damit da. Toastos. Etwas schlecht gibt's. Seppabusim. Isnibaboy. Surkiba, Flu, Crixum. Stiba, Kimaru. Ich weiß nicht, dass die Engel ist. Zerba, Flis, Stila, Blinken. Nei, Buschmisch. Zernes, Wutel, Flisch. Isnibaboy. Neidens, Leep, Olsar. Mei, Wei, Pukanoi. Bromji, Utsla, Blar. Seppabusim. Isnibaboy. Schu, Mazza, Schu, Snape, Whip, Yodan. Schu, Mazza, Schu, Bigway. Ich sing heißer als die Sünde. Verliere ich. Mal gesehen, es ist echt schön. Ich singe heiße auf den Gewicht aus. Schu, Chuu. Ich singe heiße. Toast war mit, ich bin nicht mit. Ich will die Musik kommen. Ich habe ein Chalet. Ich habe ein Chalet. Schu, Schu, Schu. Schu, 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 Schu. Ich habe so einen K SSD. Schu, 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 Schu. Schu, Schu, Schu. Die singen aber echt viele. Komisch, ich könnte mit jedem Hinz und Kunst hier singen, nur mit ihm nicht. Oh, das war so cool. Maybe it's so freaksie. So, so. So freaky, yes. Adam. With Adam for sich. Hunde bra ich nicht lange. Oh, so. So cool. So cool. So cool. So cool. So cool. Polka, yes. Oh, so cool. Oh, dieses wir. Um ein kleck! Oh,와, naa. produced. Super! Hallo. 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 Zipper. Ja, so wie du mit dem? 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 Oh, Scherarge. Oh, ich bin mit dem. Scherarge. Ah, Blizza. Oh, Blizza. Blizza. Grimmar. Wiss. Johnny. Blizem. Blizzem. 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 Da, da. Da, da. Blizzem. 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 Oder wieder der eine Heini dahinten. Ja, der Countryman. Du darfst die überhaupt zehnmal singen und ich gar nichts. Ich verstehe das nicht. Ah, Sousou! Ah, Sousou! Sousou! Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ich dachte, die hat alle gut. Ja, Sousou! Na ja, immer. Oh, der Ort ist mir nicht zu laut. Oh, der Ort ist mir nicht zu laut. Oh, der Ort ist mir nicht zu laut. Kita! Deswegen nervt mich das jetzt trotzdem. Ich verstehe nicht, wieso ich mit ihm keine Duets sehen könnte. Spätestens wenn der Patch von ihr immer wieder rauskommt, wird es hoffentlich funktionieren. Fehlerfrei, weil momentan sind doch ein paar Bugs drin, die echt nervtötend sind. Weswegen ich mir jetzt schon eine Sicherheitskopie von meinem Spielstand angesagt, wieso hat diese Sau hier eigentlich nicht ihren Dreck weggeworfen, die komische Nachbarin. Naja, ich kriege ja wenigstens Geld dafür. Wie ein Champion pieseln und unter der Dusche singen, damit sie sich wieder auffüllen kann, dass ich laut bin. Die olle Schnäpfe. Den Mädels hier habe ich auch ein bisschen neue Stylings zugepackt, damit die auch gerne was haben. So. Da muss ich aber in acht Stunden. So weit ist alles okay. Ja. Die hat in der Dusche gesungen. Die stört mich beim Piepen. Äh. Äh. Was soll das denn? Hey Nachbar, kennst du freundlicherweise den Lärmpegel etwas absetzen? Ich kann dich durch die bloßen Wände hören. Bitte denke dann, dass hier auch andere Leute wohnen. Die Buis. Vor Passa Masplima. Du bist ja wohl hier. Ja. Wie kann ich nur so rücksichtslos sein, du kleiner Biatsch. Bula Shaka. Geh kracken. Alte Hexe. Poppt die ganze Zeit in ihrer Bude rum oder dreht irgendwelche Pornos oder macht sonst irgendwelche Sachen, weil diese Geräusche sind nicht normal, die da rauskommen aus der ihrem Zimmer. Und dann kommt sie an, weil ich unter der Dusche singe. Geht's noch? Die hat doch einen Sockenschuss, die Frau. Was haben wir jetzt überhaupt für ein Ding? PR. Ja, da könnte man mal von zu Hause ausarbeiten. Mal schauen, was für Beschissene. Zu fünf sind es auf dem auf dem Strecke Humor und krasse Spezialfestival schelmisch sein. Oh nein. Sieh dir zwei Stunden lustige Videos im Simstif an. Ah. Ernsthaft. Ach, stimmt ja. Ich habe ja noch nicht mal was zu essen gemacht. Dreck auf du. Ja, wie gesagt, ich musste alles neu machen. Dezent an Neuing. Aber für euch habe ich es gern gemacht. Ich war nur dezent genervt, weil es einfach wirklich sehr viel Zeit wieder in Anspruch genommen hat, alles nochmal von vorne loszumachen, weswegen es halt eben ein paar kleine Änderungen gibt. Die konnte ich aber nicht mehr umändern. Das war halt dann einfach das Problem, dass es dann so war, wie es war. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich überhaupt hier... Danke, Rechnungspipi-Frau. Ah, ich habe mich mit Klamotten geduscht. Auch nicht schlecht. Oh. Regelmäßiger Haushalt. Danke schön. Ich bin gerade nackt auf den Flur gelaufen. Chemistory? Is it wrong? Ja, das ist ein Verb. Das ist ein Verb. Kein Problem. Nein, nein. Beber, mein Gott. Äh, ach, der Putzmann. Wo ist denn das mit den Videos gucken, hä? Ich will jemanden adoptieren. Lustige Videos anschauen, hier. Ich weiß ja nicht, was mir zwei Stunden Videos angucken bei meiner Karriere helfen sollen, aber okay. Missy. Was sollst du dir die Videos angucken? Die wird sich auch denken, was ist das denn für ein dummer Kack? Jetzt muss ich erstmal warten, bis dieses chemische Blablabla Ding überhaupt ist, Event. Foxy, ich hab grad keine Zeit für so einen Scheiß. Foxy hat manchmal auch Langeweile. Ah, okay. Das ist Montag, 17 bis 23 Uhr. Das passt, ja. Muss man noch irgendwas machen? Status aktualisieren. Ich hab keine komischen Videos hoch, weil ich weiß, was das ist. Yay! Das ist das. Oh so. Wirklicho. So, ich mache mal ein Nickerchen. Und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.